Das ist der Wallabot. Er funktioniert wie ein Fenster in Ihrer Wand, damit Sie wissen, welche Bereiche Sie bei Arbeiten an Wänden vermeiden sollten. Er erkennt Rohre, Leitungen und Holz- oder Metallträger in Gipskarton- und Betonwänden mit Hilfe von Funkfrequenz-Technologie. Wenn Sie den Schritten in diesen Videos folgen, können Sie problemlos an Ihren Wänden arbeiten und darauf vertrauen, dass Sie sich nicht verletzen oder Materialien hinter der Wandoberfläche beschädigen. Installieren Sie einfach die App, setzen Sie den Wallabot auf und legen Sie los. Sehen Sie sich das nächste Video Bohren ganz einfach an, um zu erfahren, wie Sie Ihren Wallabot richtig kalibrieren.